Ist noch jemand da? Das dachte ich mir auch gerade. Ein Anschlusser wird wieder genommen. Doch. Hey, warte mal. Tobi! Oh, der eine hatte so einen coolen Beat gerade. Ist das der? Ja, der darf. Oh, yeah. Da muss man ja glatt mittanzen. Nicht. Tanzen. Nichts. Noch ein Wort, was Jini da äh tendieren darf. Was? Rumspuchteln. Ich darf es zweimal tendieren. Warum? Ist doch kein Stümpfwort. So. Für wen? Für Hobos. Ach. Sollen wir das jetzt ausschließen oder was? Vor allem sehen sie das überhaupt noch als Beleidigung? Ja. Dann könnte ich auch Biker sagen. Weiß du wegen der Zauspark? Wegen der Zauspark Folge, weißt du? Wo die Biker doch die ganze Zeit laut sind und die Kinder sagen dann, ihr Schwuchtel. Und die Eltern denken die ganze Zeit, ähm... Hä? Was für ein Biker sagst du das auch nur einmal? Kommt drauf an. Was für ein Biker. Und dann hier wieder. Hier. Nein. Ich bin in dem hier. Oh Mann. Ich bin in dem hier. Ich bin in dem hier. Wir sind jetzt unser Gastspieler. Dann schnapp ich mal. Ich habe ja nichts gegen irgendwelche Leute. Außer es sind Veganer. Die vermiesen sie. Was ist das? Veganer? Veganer. Die vermiesen dir die Grillparty. Veganer? Veganer. 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 Oh. Ich bin schon gewundert, was macht so ein Veganer. Aber wenn es danach geht, musstest du auch Vegetarier nicht mögen. Das war ein Witz, Mann. Oh. Sarkastisch vielleicht. Nö, kenne ich nicht. Was ist das? Das glaube ich. Hier ist eine Bandagen-Bazooka. Hier ist ein Zwerg. Den haue ich die Brüge weg. Dann dachtest du, wenn du mich monetarisiert hättest. Weißt du, wer das zu schulden hat. Tobi. Ja, weiter. Das wird das erste Spiel sein und den auch noch die Gitarre. Das ist egal, ne? Hab ich? Ich hab doch gar nichts dagegen gesagt. Da kommt jetzt einiges zu, ne? Naja. Na, nur ist es von einem schuld. Das einzige, was mich nervt, sind Familienmitglieder, die einfach nur dumm sind. Ja, zum Glück zeig ich noch nicht zur Familie. Doch, halt nicht. Nee, nee, nee. Ich sag mal so 80%. Hallo? Wenn nicht sogar mehr. Das heißt nicht mehr mehr? Du bist schon ein Gebärkult. Und zack im Maul. Die waren in dem Haus. Da in dem gelben. Da wo ich war. Oben, unten. Da unten. Oh, unten, 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 unten. Ja unten, genau. Also falls ihr Raketen habt, könnt ihr sie mir geben. Da, hier ist schon wieder die Schilden. Äh. Heckenschneider. Äh. 100 Hecken und... Oh, okay. Ich hab keine. I need rockets. Mama hat welche. Nö. Wie hat er da hinten? Genau. Ich hab's genau gesehen. Ich hab keine. Thank you. Oh, mein Controller ist spinn. Ja, ich weiß. Ich glaub wir brauchen mal einen Xbox-Controller. Ja, ich kann's mir auch dahinten sein. Ja, das hässliche Gebäude ist weg. Hier war ein XP. Hallo, für den wir beim Stahl. Stahl? Nee. Und jetzt rein Stahl, los. Ich hab mir alles, was du hast. Na ja. Dachte ich mir auch bald. Alter, der landet im Luftballon. Ja. Und der hat ihn für mich bestimmt. Ich hab ihn bestellt. Äh? Das waren nur Annäherungsminen, die gestürzt worden sind. Was war drin? Annäherungsminen? Sturzpolster sonst gar nicht. Das war ja mal richtig verarschen. Oh, hier sind ja noch voll viele Truhen, ey. Oh, irgendwie hat er fast keine Tränke aufgemacht. Oh, Alter. Hat hier überhaupt schon irgendjemand gelootet, wo ich grad das Haus zerhau? Äh, ich glaub nicht. Ne, ich glaub auch nicht. Zwei Truhen. Handgranaten. Boah. Ich glaub ich war jetzt nur gelb im Haus zu wirklich. Endlich mal nen Trank. Das ist ja nett. Hallo, nimm doch jetzt die kleinen. Welchen? Wo? Hier bei uns? Ah, ja. Ah, ja. Warte. Ja. Ja. Nein. Wenn denn ordentlich saufen. Arschloch. Boah. Aber das ist ja nur ein kleiner. Habt ihr noch nen zweiten? Vielleicht. Vielleicht. Jetzt sagen wir nicht nur gierig. Was gibst du dafür? Weiß ich ja noch nicht. Ach so, versuch mal bei dem Haus da. Da war ich noch drin. Da war ich noch ne. Ja, sonst. Scheiß drauf. Dafür musst du mir aber den großen sehen. Pff. Den hab ich schon gesoffen. Scheiße. Ich kann jetzt echt nicht mehr sitzen. Dann kniedig hin. Wirklich. Und dann? Kniedig nieder. Mach mal was zum Strand. Ja, komm. Warte. Ich wollte noch ne Waffe aufwerten. Der gleiche ist zu spät. Ja. Ja. Tschüss. Alter, Holly haben wir ja richtig auseinander genommen. Ja, scheiß drauf. Ich sauf jetzt den. Und dann ist Feierabend. Ja, ist gut ne. Was habt ihr noch so ein Material? Weiß ich noch nicht. Ich will wenigstens eine grüne Pampam. Pampam. Ich brauche nur noch 60 Steine und 50 Stahl. So viel. Oh mein Gott, hier ist ein Gegner. Warte. Komm. Hier hinter dir. Da. Schnell. Danke. Jetzt habe ich auch ein goldenes Sturmgewehr. Ah. Scheiße. Ah. Die schießen auch nicht. Tobi, warum wartest du denn nicht? Du bist ja voll weit weg. Hul doch doch. Geh hier hinterher raus. Geh hinterher raus. Hul. Ja, genau da 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 da. das sind ja nur Handlanger Ernsthaft? Bipperstobi Alter, Alter Macht alle verrückt wegen paar Handlanger Ja, ne? Hast du die große Kiste aufgemacht? Oh! Ah, warte, nein! Auf, ne mit den Spacken Schnell bevor die anderen Wir sind doch schon ganz nah Oh yeah, geil Hab ich nicht Habs da Habs da gelassen Witz, hier, oh ja Ich nehm die Minigun Willst du mich verarschen, jetzt komm wieder her Hat noch jemand kleine Patron Hat noch jemand kleine Patron Äh Ja Her damit Her damit Her mit dem kleinen Jetzt warte Oh, da ist ja noch ein Sniper Ja Manu, gib mir mal deine Tränke Oh, deine Schnell Jetzt hat sie sich Tobi genommen Na die brauch ich Ich hab die Minigun Gib mal alles Mehr 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 Schatz, ist das dein Ernst Ist das dein fucking Ernst Was? Was? Ach nix Mann, ich brauch halt Jetzt komm, dreh um Was denn? Nein, wenn du welche brauchst Ist doch okay Dann behalt sie doch 400 reichen Hier Oh, da sind XP Wo? Hier im Busch Wo? Nein Nö Ehhhh Ernsthaft? Wurzart ist jetzt vorhin geheilt GMAG Ha Wurzart ist jetzt vorhin geheilt слушar Entsinn ja ganz viele waschmaschinen hier irgendwie wir können auch dich alleine lassen denn stirbst du halt hier ist noch ein blaues sturmgewehr habe ich habe ich ja ist okay nur zweimal bestätigung ich habe die sprungfläche hier ist mir die kitt toby euch damit die einen voran schieben oder so als klopapier benutzen hier ist noch eine grüne taktische wo bist du hier großer trank ja hier 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 guck komm her willst du mich verarschen hier toby hier sind noch kleine tränke hier ist noch ein großer trank den hat genie schon hör auf zu meckern wenn ich zuerst stirbst bist du eh sowieso kaputt na da musste ich mit der bandage aber sogar ständig heilen lasst mal zum motel rüber zum motel zum motel ruby ich finde dich doch den fersen ja noch mehr ach doch ich muss mal kurz hier mein bautaktische machen zum motel auf zum motel ammann ammann oh was willst du soll ich dich jetzt verhauen oder später kommst du mir hinterher gekrochen kommst du mir hinterher gekrochen oh hier ist noch ein großer großer schildtrank wow oh man toby ich hau ihn runter hä dein schildtrank oh man ja was soll ich denn mit ach ja du gerade eh maß noch einen der hier unten war auch einer manu wir brauchen definitiv einen neuen controller ja nein würde ich auch so unterstreichen so unterstreichen ja was ist denn jetzt noch in der zonen ja fast gar nichts mehr jo geil einfach freies feld würde ich sagen ein paar wäsche sind noch da wo ist unser vierter mann ah da hört auf vorher rum zu ballern oh mein gott ja jetzt wissen alle jetzt sind ich nicht nur oh man ich versteck mich lieber ja da ist noch ein raketending gini du hast noch ein raketender vorne ja oh ich hab noch raketen wo ist noch ein raketending da drin da drin ja ah ja 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 dann warten ja dann warten oh ich war schon zu dem arfen wie viele raketen hast du warte ich Leute beeilt euch ja wie viele ich hab sieben beeilt euch ich weiß nicht ob beim kampf bei mir der controller spackt gib mir auch dein sturmgewehr nein jetzt komm komm jetzt gib es mir oh alter am blau es reicht mir doch was willst du denn da da sagt das kino hallo versuch doch mal ja würd ich ja bei mir spackt grad der controller komplett ok ich hab drei stunden weg wo sind die gegner hier ist ein busch schatz bleibt doch hier im busch siehst du es wieder spackt ja ich seh es jetzt auf dich aufzuregen hier versteck dich im busch du bist unsere letzte hoffnung nachher mit dem voll gespackten controller plati das war der karte naturskarte geschossen ich dachte tobi nein nein das war manchen auf platz komm dahin ich hab dich auch siebkaterchen guck alter wo sind die anderen oh ne ah guckt mal auf den himmel nicht dass die wieder ein heli oder so haben mit irgendein scheiß äh ich seh keinen ich auch nicht ich hab dich auch nicht aufgebaut aber hoffen wir kein weiteres team eben ich hoffe es auch nicht nein komm hier hin wir sind da am arsch ach Flati muss das sein wo sind die Spackguss ey wie schaffst du da am 60 ok komm her ich hör ein ah nee da 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 auf der anderen seite da oben nein was soll ich denn da jetzt mit dem kater oh ja ich kann nicht mach irgendwas da sind auf jeden fall zwei und einer hat was geworfen und Manu mach diese Piss in der Hand ja die geballern sich gegenseitig ne ich glaub nicht die ballern auf irgendwen anders glaube ich ich glaub die ballern sich aus spaß ach ne die ballern da auf den Ballon ja ja da könnte man jetzt echt die Rakete hinsetzen ey wer war das wenn einer mal still halten würde ne dann könnte ich einen schon mal außen nocken Mannu wer stehen kann eben ja ich lass mir kurz Zeit weil ich kann noch boah das ist ein ganzes Team glaube ich oder oh Mannu oh 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 das war voller Blindschuss das wäre jetzt geil gewesen du darfst noch einspielen ne so wow oh ey alter aua nein neiii neiii Warno der ist gleich weg ihr war nur hinter dir war nur hinter dir der ist gleich weg ah boah welcher ist es welcher ist die der kommt einer der ist sich eingebaut na nein sagt doch nicht da hinter dir hinter dir was so ein scheiß man ich hätte vielleicht doch schießen sollen in den einen moment mann ich bin so doof hey